hallo leute so am anfang am start und möchte sich euch präsentieren mal wieder als erstes set und ja licht geht an hier und der show must go on sag ich da mal so eine kleine genießerin bist du du bist wirklich eine genießerin aber ich stelle ich jetzt mal ein bisschen höher da kommen wir nicht drum herum so und amy macht das irgendwie können wir da hinten in scharf stellen warte mal ich gucke mal geht das genau also wir tracken jetzt dies hier wir bauen jetzt das erste panlos brick street views doors shop also ein mini gebäude von panlos mit 273 teilen der setnummer 65703 zwei und zwar der stores shop also mit bier 24 stunden business oktoberfest musikbar und so weiter und sofort auf der rückseite sieht man noch ein paar ansichten und die anderen vier gebäude die es gibt also vier stück sind hier abgebildet jetzt und ich würde jetzt einfach mal sagen wir machen mal den kasten auf irgendwie ich weiß nicht ob die kamera das ist die das müsste aber stelle ich mal die kamera noch mal ein bisschen hoch du liegst wieder am ungünstigsten platz natürlich zentral da wo eigentlich das set liegen müsste für die zuschauersüße und so nicht zugeklebt eigentlich ganz angenehm muss man da nicht rum asten wie bescheuert und auch wieder ein innenkarton sogar bei diesem kleinen set hier haben wir ein innenkarton das nimmt auch immer mehr zu anscheinend mit diesen innenkartons ein mini innenkarton da ist nichts mehr drin ja wir haben hier paar tüten eine anleitung ein faltblatt in dem fall und da fallen die aufkleber raus und damit ist auch die frage beantwortet hat dieses set aufkleber ja hat es da sind sie also im grunde um alles was man draußen sieht sind auch aufkleber gut ich hoffe die gehen alle nur über eine fliese und nicht über mehrere das wäre blöd anleitung faltblatt auf seite 1 13 seiten baustelle 25 insgesamt und ja dann würde ich mal sagen verteile ich die teile der hier kleine kasten auf weg fangt schon mal an zu bauen und dann sehen wir es gleich wieder so wir haben die ersten vier schritte gebaut und die scheiben waren in einer extra tüte eingepackt hat aber auch nicht zu totaler kratzfreiheit geführt also sind sehr klar aber leider sind so ein zwei kleine kratzer trotzdem drauf weil die scheiben waren eben beide zusammen in einer tüte dann können die beide auch aneinander kratzen ja lässt sich nicht ändern ja wir haben angefangen hier hinten den gastraum zu befließen dann hier eine sitzecke aufzubauen ganz niedlich gemacht die dann so schräg angeordnet wie sessel davor zwei bänke eine blume mit tisch hier haben wir schon wände aufgebaut hier kommt glaube ich eine eingang rein wenn ich das doch nicht weiß ja und hier dann schon ein bisschen mehr wand verbauen lassen sich die steine in ordnung also sie gehen nicht butterweich zusammen man muss manchmal schon so aber sie haben eine gute klemmkraft und sind auch gut verarbeitet bisher da kann man überhaupt nicht meckern und dann würde ich jetzt weitermachen mit schritt nummer fünf und dann bis später so und wir haben schritt nummer acht abgeschlossen und so sieht es jetzt aus man muss ganz ehrlich sagen dieses rötliche braun das ist das braun hier in der anleitung also das sind farbunterschiede und dieses was eher so beige aussieht hier das ist das knallrot da unten also die farben kommen nicht so ganz hin wir haben hier den ersten aufkleber verklebt auf der bierflasche der hält soweit ganz gut die haben wir hier schräg angebaut hier eine markise drüber und ja hier hinten haben wir dann noch hier regale aufgebaut mit riesigen dosen im vergleich zu den sitzen also die dosen sind ja so riesig wie die bänke ähm das müssen ganze bierfässer sein im grund um in farben ja aber lässt sich weiterhin gut verbauen wir machen mit schritt zehn weiter äh quatsch neun und dann bis später gut schritt zwölf ist erreicht und wir haben ganzes stück weiter gebaut hier ist die zweite flasche neben gekommen natürlich auch wieder mit aufkleber drauf wir haben hier den ganzen gehweg überfließt hier haben wir ein schild angebracht mit music bars auf den aufkleber die aufkleber sind eigentlich von der qualität in ordnung passen auch gut drauf ähm wenn man die jetzt mal loben möchte drucke wären natürlich immer besser geht alles bis jetzt immer nur über ein stück also dies hier ist die seite von einem zweimal dreier mit diesem oktoberfest aufkleber drauf hier oben haben wir ein ja ein bierfass ein durchsichtiges mit einer roten lampe drin hier irgendwie so einen offenen turm oder wie auch immer man sieht dass die scheiben ziemlich klar sind eben leider nur ganz ganz paar kleine kratzer sie sind gut für erhalten im vergleich zu vielen anderen das muss man ganz klar sagen aber es wäre vielleicht sogar noch besser gewesen irgendwie noch zwei minitüten zu nehmen und dann jeweils einpacken weil der ansatz die ächste einzupacken war ja gut aber zusammen verschrampen sie natürlich gegenseitig ne ja und so sieht es von hinten aus so macht eigentlich spaß zu bauen ich bin gespannt wie es weiter geht wir haben jetzt angefangen hier das zu bauen ähm so ein zwischenstockwerk wie es aussieht hier wieder mit dem tisch ein podest so ein bisschen erhöht auf so einer platte und damit mache ich jetzt weiter so und wir machen weiter schritt 20 ist erreicht und wir haben jetzt hier oben so eine terrasse aufgebaut noch über das was wir eben gesehen hatten zum schluss mit so ein dach drüber kommt natürlich keine treppe hoch das ist immer bei diesen kleinen gebäuden so dass da nicht unbedingt eine treppe hochgeht hier haben wir noch einen tischchen gebaut mit einer terrasse rundherum und äh ja und das haben wir dann hier hinten drüber gesetzt und dann haben wir das hier gebaut sieht von hinten so aus von vorne so da kommt jetzt hier noch ein schild drauf und dann denke ich mal kommt das hier rein da ist ja auch noch der einzige platz wo was hin kann ähm ja hier haben wir diese seitenteile dran gesteckt äh mit einmal 6er plate äh modified in die richtung und dann kam die ran und das ist dabei rausgekommen und das baue ich jetzt weiter wir haben ja nur noch 5 schritte übrig also wenn wir uns das nächste mal sehen ist das set dann auch schon fertig so und wir sind im grunde nun fertig haben es aber noch nicht endgültig angebaut wir haben jetzt hier ähm jetzt die front hier angesetzt hier oktoberfestaufkleber hier hier Aufkleber das ist auch der einzige Aufkleber der über zwei Steine geht nämlich über diese abgerundeten zwei Teile die hier sind an einer einmal zweier und ein zweimal zweier hier so eine gelbe Dinger raus dann haben wir hier noch äh alles mögliche raufgebracht aufs Dach hier eine Sitzbank hier noch eine Blume drauf und ähm dann haben wir als nächstes dieses hier zusammengebaut mit äh so einer Sprite Flasche das ist auch ein Aufkleber der geht aber nur über einen rüber nämlich über so ein Mittelteil aufgehängt hier mit so einem Technikbrick in so einem dunklen Blau so ein äh drei lang und 24 Business hier unter Diamanten und das kommt jetzt hier abschließend hier drauf so und dann ist das Gebäude fertig ja und eigentlich gefällt es mir sogar ziemlich gut also sind zwar jetzt irgendwie nicht gerade wenig Aufkleber aber die sind gute Qualität das muss man ganz ehrlich mal sagen man muss sie ja nicht aufkleben so sieht es jetzt von vorne aus ziemlich überladen wie so eine wie ich mir so eine Bierbar in China eigentlich vorstellen würde so mit Oktoberfest blinkt da hier Musik und da kann man Karaoke machen dann hier unten noch Bierflaschen die sich unter Umständen auch noch bewegen da oben leuchtet ein gelb Bier und hier gibt es auch Sprite das Ding hat 24 Stunden geöffnet und Oktoberfest wird hier auch 24 Stunden gefeiert und ja oder so so eine Bierbar auf Malle Mallorca Ballermann mäßig ja so sieht es jetzt von hinten aus mit Dachterrasse eben und unten der hohen Bierbar aber ansonsten ich finde das ziemlich gut niedlich gemacht ähm ich gucke gerade mal wenn man das Keyplayhaus daneben stellt so von der Größe her ja das ist ok also Größenverhältnisse passen das ist ein bisschen höher aber das hat auch diesen riesen Aufbau ähm und wenn man von hinten reinguckt dann passt das auch von den Größen her alles also die beiden könnte man sogar miteinander kombinieren hier sind ja zwei Aufnahmen hier auch also das passt an auch könnte man also sogar ich schiebe die mal zusammen ob die so von sich aus passen oder ob man da was versetzen müsste ne die passen also die kann man einfach miteinander kombinieren wenn man möchte wäre so gar kein großartiges Problem ja gut das war es im Grunde genommen ähm ich hoffe euch hat das Video gefallen hiervon kommen noch ein paar Häuser habt ihr ja gesehen in meinem Hohl Video Hohl Hohl ich weiß mal gar nicht wie man das genau ausspricht ähm und da freue ich mich auch drauf und ich ähm sage euch jetzt Tschüss ich hoffe äh ich kriege einen Daumen hoch wenn euch das Video gefallen hat oder ein Kommentar wie euch dieses Set gefällt wäre das was für euch trotz der Aufkleber weil er hat ja keine ähm und dann ähm Abo wenn ihr mich noch nicht abonniert habt genau richtig okay bis dann und Tschüss Tschüss